Yo, ich bin Yannick von Gorilla und heute zeige ich euch den Babyfreeze. Also, für den Babyfreeze gehen wir erstmal in die Knie. Dann stützt du dich hier in der Hüfte ab mit dem Ellenbogen. Mit dem anderen Ellenbogen gehst du hier auf die Seite vom Oberschenkel. Dann könnt ihr euch schon so ein bisschen abstützen und geht dann langsam auf den Kopf und mit den Füßen weg. Mit den Füßen könnt ihr dann auch noch so machen. Jo Leute, ihr habt's gesehen, das war der Babyfreeze. Checkt's aus, ihr schafft das. Ciao.